Hallo ihr Lieben, heute möchte ich euch zeigen, wie man diesen wunderschönen Term so weit wie möglich vereinfachen kann. Ich gebe es zu, er schlägt einen am Anfang erstmal, aber wir holen Tiefluft und trauen uns da trotzdem ran und schauen mal, wie der sich zusammensetzt. Wir haben hier eine Multiplikation von einer großen Wurzel hier vorne, also die sieht gruselig aus, da ist einiges drin, aber letztendlich ist es nur eine große Wurzel, multipliziert mit einer zweiten großen Wurzel. Also eigentlich werden hier nur zwei Wurzeln miteinander multipliziert. Und da könnte man auf die Idee kommen und sagen, ey, da gibt es doch ein Gesetz, dass ich da eine große Wurzel draus mache und das, was unter den Wurzeln steht, multipliziere ich dann einfach miteinander. Ja, das Gesetz existiert aber nur, wenn der Wurzelexponent, also die wievielte Wurzel ich ziehe, wenn das bei beiden Wurzeln übereinstimmt. Also, das haben wir hier tatsächlich nicht gegeben. Diese Wurzelexponenten sind unterschiedlich und deswegen gilt diese Regel hier nicht. Wir können nicht eine große Wurzel hier draus machen, sondern müssen jede Wurzel erstmal für sich vereinfachen. Und ich arbeite nicht so gerne mit Wurzeln und den Wurzelgesetzen, sondern sobald ich auf Wurzeln stoße, schreibe ich die um in Potenzen. Also man kann ja jede Wurzel, wenn ich sowas wie x hoch a, also die B-te Wurzel aus x hoch a habe, kann ich da ja immer eine Potenzschreibweise draus machen. Also diese Basis x bleibt und als Hochzahl bekomme ich einen Bruch. Diese Hochzahl hier a wandert nach oben, also das, was oben stand, kommt auch wieder oben hin. Und die wievielte Wurzel ich ziehe, dieses b, landet dann im Nenner von diesem Bruch. Also x hoch a durch b habe ich dann als Potenz statt dieser Wurzel. Und das machen wir hier jetzt auch mal mit unseren Wurzeln. Wir markieren mal gerade noch die Farben. Also den Wurzelexponenten haben wir pink gemacht, das ist die, die hier hinkommt. Dann machen wir mal grün, vielleicht das, was als Basis unter der Wurzel steht. Einmal das hier und einmal das hier. Das ist unser x und dann das a, also diese Hochzahl, die unter der Wurzel vorkommt, die landet dann im Zähler oben. Und so schreiben wir das jetzt mal oben. Das heißt, die Basis, also das, was grün ist, ohne die Wurzel, also nur das, was unter der Wurzel steht, dieses a plus b, schön in Klammern setzen. Dann als Hochzahl haben wir a geteilt durch b, also das, was als Hochzahl hier drin vorkam, das ist das x minus y, wird durch den Wurzelexponenten hier vorne geteilt. Also einfach nur abschreiben. Wenn man schön mit den Farben markiert hat, muss man gar nichts mehr denken. Genauso mit der zweiten Wurzel. Die Basis ist das grüne, also dieses a plus b. Und die Hochzahl setzt sich zusammen aus, der Hochzahl hier unter der Wurzel. Und das b ist der Wurzelexponent, der hier jetzt so aussah. Sehr gut. Dann haben wir hier jetzt zwei Potenzen, die miteinander multipliziert werden. Das habe ich nochmal auf die nächste Seite geschrieben. Und wir schauen, was wir hier jetzt weiter vereinfachen können. Zum Beispiel, bevor wir Potenzgesetze wirklich anwenden, könnten wir mal diese Brüche hier vereinfachen. Da sollte ein bisschen was gehen. Also lassen wir die Basis erstmal stehen und schauen, was wir mit dem Bruch hier machen können. x minus y, das heißt, hier ist ein Minus dazwischen. Das bedeutet, wir dürfen nicht so einfach kürzen. Also wir dürfen nicht einfach so einen Teil von dieser Differenz rausstreichen mit einem x von hier unten oder ein y mit einem y von hier unten. Das dürfen wir nicht machen. Wegen dem Minus, das sagt uns, x minus y ist ein Teil, der gehört zusammen. Den dürfen wir nur kürzen, wenn der genau so nochmal hier unten auch vorkommt. Dann darf man das rausschreichen, aber nicht so einfach aus dieser Differenz. Das heißt, wir müssen gucken, ob wir irgendwo eine Multiplikation hinbekommen, dass wir kürzen können. x minus y, da lässt sich nichts ausklammern. Da ist nichts drin versteckt. Das müssen wir einfach so hinschreiben. Aber x² minus y², kommt euch das bekannt vor? Erinnert euch das an die dritte binomische Formel? Also die sagt ja, dass wenn wir x plus y in Klammern mit x minus y in Klammern multiplizieren, dann kommt da x² minus y² raus. Also das, was hier steht, was uns nicht so gut gefällt, weil wir da nicht kürzen können. Aber diese Darstellung von diesem x² minus y², das sieht doch besser aus. Da ist ein Mal dazwischen. Da taucht unser x minus y tatsächlich auch wieder auf. Also da können wir dann gleich schön kürzen. Die Darstellung ist jetzt hier besser. Unsere zweite Potenz. Was können wir da im Exponenten unternehmen? Diesmal haben wir hier x plus y stehen, also eine Summe. Auch da dürfen wir nicht einfach irgendwas rauskürzen, sondern müssen schauen, dass wir diesen kompletten Teil kürzen. Was hier jetzt sehr praktisch ist, denn x plus y kommt genauso nochmal im Nenner vor. Das heißt, hier können wir im Grunde direkt kürzen, also entweder direkt rausstreichen oder, falls es euch lieber ist und wir sowieso gleich noch einen Schritt abschreiben müssen, können wir es auch erstmal sichtbar machen, dass dieses x plus y zum Quadrat nichts anderes ist als xy mit sich selbst nochmal multipliziert. Also zweimal das Ganze. So, und jetzt können wir schön kürzen. Die Basen bleiben stehen, aber was passiert hier? x minus y, genauso wie es ist, kommt hier unten nochmal vor mit einem Mal verbunden, kann also raus. Dadurch, dass wir alles gekürzt haben im Zähler, bleibt eine 1 übrig. Also da haben wir dann 1 im Zähler und nur dieses x plus y im Nenner. Und bei unserer zweiten Potenz, wie sieht es da aus? x plus y kommt hier unten im Nenner vor, schön mit einem Mal verbunden. Das heißt, komplett dürfen wir das rausstreichen. Auch da bleibt nur eine 1 übrig, weil alles gestrichen wurde. Und im Nenner haben wir da 1x plus y. So, die Zeile habe ich nochmal hier hingeschrieben und wir nähern uns dem Ziel. Jetzt können wir nämlich wirklich mal sagen, wir haben hier zwei Potenzen, die miteinander multipliziert werden. Ich hätte gern ein Potenzgesetz dafür. Zwei Potenzen darf man miteinander multiplizieren, wenn die Basen gleich sind, das, was wir hier tatsächlich haben. Also das Gesetz sieht dann so aus. Wenn wir x hoch a mit x hoch b multiplizieren, also die Basen sind gleich, dann kommt da x hoch a plus b raus. Und dieses Gesetz wollen wir hier jetzt mal verwenden. Das heißt, unsere Basen sind hier grün markiert schon. Das bedeutet, wir übernehmen diese Basis, also dieses a plus b. Und die Hochzahl, die neue, setzt sich aus der einen alten und der anderen alten zusammen mit einem Plus dazwischen. Also einmal die erste davon plus die zweite Hochzahl. Und dann können wir hier einfach diese Brüche zusammenfassen. Das Schöne ist, plus geht gut, wenn die Nenner gleich sind, was hier Gott sei Dank schon der Fall ist. Das heißt, wir übernehmen diesen Nenner einfach als Hauptnenner und die Zähler werden zusammengerechnet. Eins plus eins sind zwei. Und mehr geht nicht. Das ist unser Ergebnis in der Potenzschreibweise. Wenn ihr jetzt nochmal ein bisschen üben wollt und das Ganze in die Wurzelschreibweise zurückwandeln wollt, erinnern wir uns, dass wir die Basis hatten, die auch wieder die Basis unter der Wurzel ist. Dann das, was oben stand, kam hier oben als Hochzahl hin. Und das, was hier unten stand, wird der Wurzel-Exponent. Das heißt, dass wir dann letztendlich a plus b in Klammern haben, hoch 2, das Ganze unter der Wurzel. Und das ist die x plus y-Wurzel, die wir hier ziehen. Also dann könnt ihr es nochmal in diese Schreibweise umwandeln. Dann hoffe ich, dass ihr ein bisschen was dazugelernt habt. Liked das Video gerne und wir sehen uns bei einem nächsten. Macht's gut! Liked das Video gerne und wir sehen uns beim nächsten Mal. Liked das Video gerne und wir sehen uns beim nächsten Mal.